Grüezi miteinander, mein Name ist Michael Festner. Ich bin der Frauaufsleiter in der Garage Ruedi-Tinner AG hier im Baden und begrüsse Sie heute aus unserem neuen Toyota Showroom. Heute würde ich Ihnen gerne das neueste Toyota-Modell vorstellen. Es ist der Yaris Gross, verfügbar als Benziner oder, was eine Toyota Stärke ist, natürlich heute als Hybrid. Toyota verfolgt die Hybrid-Technologie gegenüber anderen Herstellern schon sehr, sehr lange. Toyota produziert Hybrid-Fahrzeuge seit 21 Jahren. Der Toyota Yaris Gross ist ein SUV, angesiedelt in der Kompaktkasse, also nicht ein riesiges Auto mit 4,20 m, absolut für den Alltagsverkehr geeignet. Seine Merkmale sind eigentlich, es ist ein SUV, 4x4, Hybrid und gleichzeitig noch als Automat erhältlich. Das ist etwas, was das Auto ganz besonders macht. Die Yaris Hybrid-Modelle sind sogenannte Vollhybride. Das heisst, sie haben ein Benzinersparnis von etwa 25% gegenüber dem herkömmlichen Fahrzeug und es braucht keine Kabel zum Laden. Das Auto macht alles selber und sie fahren ganz normal. Das Armaturenbrett, sowie auch der grosse Multimedia-Bildschirm, der hier mittig angeordnet ist, entspricht im neuesten Stand der Technik. Der neue Yaris Gross hat einen ganzen Haufen serienmässige Assistenzsysteme. Todwinkelwarner, adaptiven Tempomat, Spurhalteassistent, Fahrmodusregler, Notfallbremsassistent, Fussgänger- und Velofahrererkennung und Verkehrsschilderkennung. Alle diese aufgezählten Assistenzsysteme sind in der Serienausstattung enthalten. Das heisst, für sie fällt kein Aufpreis an. Selbstverständlich können Sie den neuen Yaris Gross auch individuell auf Ihre Wünsche anpassen. Es gibt ganz neu eine Live-Navigation, die direkt über die Cloud ins Auto reinkommt. Es gibt ein Panoramadach, das den Innenraum freundlich und hell macht. Für die, die es gerne ganz komfortabel haben, einen elektrischen Kofferdeckel mit KICK-Funktion. Der Yaris Gross gibt es ja als Frontantrieb oder auch als 4x4. Es ist ein AWDI, das heisst Allrad elektrisch betrieben. Ein System schafft völlig selbstständig. In schwierigen Situationen aktiviert sich das Allrad von selber. Sie haben nichts zu tun. Das System reagiert auf Bedürfnisse oder Strassenverhältnisse selbstständig. Auch für schwerere Passagen haben wir dank der Einzelradabbremsung immer die Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Und zum Schluss habe ich noch einmal zwei Highlights für Sie. Alle Yaris Gross sind in der Energieeffizienz Klasse A. Und zwar bei allen Modellen. Toyota bietet als einziger Hersteller in Europa auf alle seine Neufahrzeuge eine 10-Jahres-Garantie. Das sind doch mal Argumente für die Marke. Ich freue mich, Sie bei uns im Bad im Showroom dürfen zu begrüssen. Wir haben verschiedene Fahrzeuge, die eingelöst sind und zur Probefahrt für Sie bereitstehen. Danke vielmals. Danke vielmals. Nein, danke vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank.